Also ich bin in Neuseeland aufgewachsen und als ich da gewohnt habe, habe ich eigentlich nicht so viele neuseeländische Filme gesehen. Und dann habe ich, so im Nachhinein habe ich das wirklich aufgeholt. Aber die Zeit, als ich wirklich in Neuseeland war, war neuseeländischer Film, wurde gezeigt in die Kinos da, aber wir haben mehr als Kinder und Jugendliche mehr Hollywood-Blockbuster gesehen, wenn ich ehrlich bin. Und so ist es eine lange Reise für mich gewesen bis zu diesem Punkt. Und ich will Vielfalt zeigen, ich will verschiedene Genres zeigen, ich will die Maori-Geschichten zeigen, die bedeuten mir persönlich sehr viel. Die Maori sind auch heutzutage sehr aktiv in Filmen machen, die sind einfach die Shooting Stars der Filmindustrie da.